Habt ihr euch jemals gefragt, wie ihr eure Lieblingssachen noch fabelhafter machen könnt? Sagt Hallo zum Einhornata 2020! Probieren wir einige dieser fantastischen Einhornhandwerke. Pferdchen spielen kann Appetit hervorrufen. Mein Magen knurrt wie verrückt. Schnell schnapp dir die Süßigkeiten, während alle weg sind. Ja, stopfe so viele in deinen kleinen Mund, wie du nur kannst. Oh nein, schnell! Schnapp dir den magischen Einhorn-Zauberstab und versteck dich! Puh, was für ein langer Tag. Zeit, in ein paar Cartoons zu schauen und zu chillen. Äh, was ist denn da gerade passiert? Das ist nicht meine Fernbedienung? Oh nee, ich hab die Fernbedienung anstelle meines Zauberstabs gegriffen. Du fragst dich, wie du dein Outfit in etwas Fabelhaftes verwandeln kannst? Nimm eine Einhorn-Schablone wie diese und lege sie auf die Mitte eines weißen T-Shirts. Gebe dann etwas gelbe Farbe in eine Sprühflasche und mische das Ganze. Sobald du alle deine Lieblingsfarben hast, beginne nach Belieben, um die Einhorn-Schablone rumzusprühen. Wow! Sobald du fertig bist, entferne das Einhorn. Zeit, dein Einhorn mit einigen lustigen Perlen und Juwelen zu schmücken. Ja, Schleifen sind auch eine tolle Idee. Du kannst es als fließendes Haar für dein maesthetisches Einhorn verwenden. Och, wie toll sieht das denn bitte aus! Wähle die Farben für den Rock aus und schneide einen Haufen gleich großer Stücke zu. Jetzt ist es an der Zeit, die Stücke an das elastische Taienband zu binden. Binde den ersten Strang mithilfe dieser Technik an das Band und ziehe es fest. Oh, das sieht toll aus! Klasse, das sieht aus, als hättest du dein eigenes Regenbogentütü. Ja, ich weiß, ich sehe wunderschön aus. Aber wisst ihr, was noch besser wäre? Ein Gesicht voller Einhorn-Make-up natürlich! Lasst uns loslegen, okay? Ja, diese Farben sind wirklich schön! Möchtet ihr wissen, wie ihr eure Puderdose in ein süßes Einhorn-Gesicht verwandeln könnt? Schnappt euch einen Pinsel und beginnt kreativ zu werden. Mal zunächst mit etwas schwarzer Farbe die Augen eures Einhorns auf. Und bevor ihr euch's verseht, habt ihr ein helles Paar Einhornaugen. Und vergesst nicht, ihm ein süßes Lächeln zu geben, das auch zu ihm passt. Nimm zwei kleine Stücke Ton und drücke sie flach. Forme sie nun um und glätte sie, um dreieckige Formen zu bekommen. Sobald es erledigt ist, staple sie übereinander. Nimm nun eine etwas größere Tonkugel und rolle sie unter der Handfläche, bis sie wie eine kleine Karotte aussieht. Na, habt ihr schon eine Idee, was das werden wird? Geht noch einen Schritt weiter und gebt dieses coole Schwenk-Design über das gesamte Horn. Wow, das sieht echt toll aus! Nun nutzt eure Fantasie und formt weitere farbige Stücke für euer Einhorn-Haar. Gebt Heißkleber auf die Basis des Horns und klebt es auf die Oberseite der Puder-Dose. Als nächstes kommen die Ohren und die Haare. Oh, das sieht einhornmäßig aus! Aber warum hier aufhören? Du kannst auch deinem Lieblingslippenstift einen magischen Einhorn-Touch verpassen. Sobald der Lippenstift versenkt und der Deckel sicher aufgesetzt wurde, mal ihn komplett weiß an und lasse es trocknen. Seht ihr das kleine Plastikstück auf der Oberseite? Nehmt es einfach ab. Verwendet nun einen Schwamm und klopft einige helle Farbe auf. Ihr könnt beliebige Farben und Designs wählen. Sobald es vollständig trocken ist, verwendet kleine glitzernde Formiran-Stücke in lustigen Formen, um es mit Hilfe von etwas Heißkleber zu schmücken. Klebt die Stücke auf beliebige Art und Weise auf den Lippenstift. Trage so wenig oder so viel auf, wie du möchtest. Und zu guter Letzt ist es an der Zeit, die Plastikkappe zu dekorieren. Verwendet eure Lieblingsperlen, um die Kappe aufzufüllen, bevor ihr sie wieder am Lippenstift befestigt. Glückwunsch! Jetzt habt ihr den perfekten Einhorn-Lippenstift! Wow, schaut euch all diese leuchtenden Farben an! Aber ich könnte noch etwas zusätzliche Einhorn-Magie verwenden, um meinen Look zu veredeln. Och, kein Weihnachtshorn! Ja, das ist schon besser. Och, das ist einfach perfekt! Möchtet ihr euer eigenes farbelhaftes Horn machen? Dazu braucht ihr etwas Kleber und einen Haarreif wie diesen hier. Gebt den Kleber über den gesamten Haarreif. Bevor er trocknet, streut Glitzer in eurer Lieblingsfarbe darüber. Perfekt! Rollt nun zwei Kugeln aus farbigem Ton in dünne Zylinder wie diese. Drückt sie zusammen, sodass sie nebeneinander sind. Wickele sie mit deinen Fingern rundherum, sodass sie immer enger werden. Es sollte anfangen, wie das Horn eines Einhorns auszusehen. Vergesst nicht, ein kleines Loch an der Basis zu machen. Drückt als nächstes ein kleines Stück Ton flach und rollt es etwas aus, ungefähr so. Rollt es jetzt auf, sodass es ein bisschen wie eine Blume aussieht. Wenn ihr fertig seid, fügt mehr Ton hinzu, um die Blume zu erweitern. Wow, das sieht großartig aus! Sobald ihr den Dreh raus habt, könnt ihr die Blume in verschiedenen Farben und Größen herstellen. Wenn ihr fertig seid, legt diese Tonstücke auf ein Kochtablett und gebt sie für etwa 30 Minuten in den Ofen. Während ihr wartet, nehmt ein Stück Filz, wickelt es um den Haarreif und klebt es an Ort und Stelle fest. Diese dienen als eure Ohren. Seht ihr? Och, das ist so niedlich! Gebt nun Kleberpunkte auf die Vorderseiten der Filzstücke, sodass ihr für ein dynamisches Aussehen dunklere Stücke im Inneren aufkleben könnt. Da das Horn nun fertig ist, könnt ihr es an die Oberseite des Haarreifs kleben und es mit einem Kabelbinder durch das Loch sichern, das ihr zuvor gemacht habt. Vergesst nicht, das überschüssige Plastik abzuschneiden. Fragt ihr euch, wo ihr eure Blumenstücke anbringt? Gebt etwas Heißkleber auf die Rückseite der Blume und klebt sie auf die untere Hälfte des Horns. Halte es fest, bis es vollständig getrocknet ist. Fügt sie nun überall hinzu. Eine Einhornkrone für eine Einhornkönigin. Hey, zeig der besten Freundin euren neuen und verbesserten Look. Hey Betty, schau mich mal an. Ich bin einhorn-tastisch, findest du nicht? Äh, deine Freundin scheint ein bisschen abgelenkt zu sein. Komm schon, leg das Handy hin und schau dir mein neues Outfit an. Upsi! Wow, was zur Hölle hast du mit meiner Handyhülle gemacht? Und warum ist dieses Juni-Kitty so wütend? Moment. Verwandle es zurück. Es tut mir leid, dass ich dir keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Hey, ich bin doch deine beste Freundin und ich verspreche dir, dir immer Aufmerksamkeit zu schenken, wenn du mich darum bittest. Oh, mein Zauberstab ist zurück. Bitte, verzeihst du mir? Ach, sie haben sich vertragen. Das ist die Einhorn-Stimmung. Möchtet ihr eure eigene Einhorn-Handyhülle wie diese? Klebt deine Glasurspitze auf normale Tontuben wie diese. Jetzt kann dein ganzer Ton wie eine Glasur aussehen. Verwende ein Muster wie dieses. Es kann alles viel besser aussehen lassen. Na, sieht das nicht aus wie echte Schokolade? Die sorgfältige Liebe zum Detail macht diese Handyhüllen so besonders. Stellt sicher, dass eure Striche nahe beieinander liegen, damit es keine Leerräume gibt. Fast fertig! Klebt jetzt eure Lieblings-Einhorn-Figur auf. Und natürlich auch andere lustige Teile, die ihr herumliegen habt. Wow, diese beiden Handyhüllen sehen genial aus, nicht wahr? Jetzt habt ihr eine freche Juni-Kitty und eine nette dazu. Welche gefällt euch besser? Wer hätte gedacht, dass eine Handyhülle so magisch aussehen könnte? Was können wir sonst noch in Einhörner verwandeln? So gut wie alles! Hä? Was passiert denn da? Du hast gerade meinen Lieblings-Cartoon eingeschaltet. Sieht so aus, als ob der Zauber vorbei ist. Schaut euch jetzt noch die urkomischen Pannen an, die sich beim Dreh dieses tollen Videos ereignet haben. Und teilt diesen Einhörn-Zauber mit euren Freunden. Vergesst auch nicht, die YouTube-Seite von 123GoPlay für weitere tolle Videos wie dieses zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!